Musik Ich gehe auf dem schnellsten Wege zum Potsdamer Barmherd. Das war schon mehr geflogen. Halt, halt. Jetzt muss ich nach links sehen und bis zur Mitte gehen. Dann wieder rechts und über den Damm. Ja, ich will aber hierher. Ich schaue erst nach links und lasse die Straßenbahn vorüberfahren. Dann gehe ich bis zur Mitte und schaue nach rechts und lasse das Auto vorüberfahren und gehe nach dem Potsdamer Barmherd. Was bedeutet das Zeichen? Das ist ein unbewachter Bahnübergang. Was heißt das unbewachter Bahnübergang? Da sind keine Schranken. Was bedeutet nun dieser Pfeil? Dieser Pfeil bedeutet, dass die Kraftfahrzeuge nur in der Richtung fahren sollen, wo das Schild ihnen zeigt. Was steht nämlich da drauf? Einwandmate. Einwandmate. Die Sportad. Neue Serville. Nein, da sehen Sie also.